Wiu 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 Iuuu rei Hu wiu 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 wui wuu Bayrisch! Essen! Bojaa! Ja Patty ... have did you say Augustiner! Augustiner did you say you say? Ja Yeah Yeah, I mean the script is more and more Und was würdest du mir da für ein Gericht empfehlen? Schweinsbran bis in Bayern. G'scheinen Schweinsbran. Wenn dann schon g'scheinen Schweinsbran hier in Bayern. Den braucht er eh schon. Würdest du mit mir da geschmeidig was essen gehen? Wir gehen mal erst mal. Wir kommen auch gerade in Zukunft. Also dann, fit dich! Nein, 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 nein. temptation will zu mache Wieso? Weil ich das gerade brauche. Ich bin gerade irgendwie geschockt. Wirklich? Ja. Sorry. Wie? Wie? Die Thüringer Kackspatenwurst bitte! Thüringer Kackspatenwurst. Thüringer Kackspatenwurst. Thüringer Kackspatenwurst. Die haben wir schon hier gegessen, deswegen bin ich extra her gekommen. Ich hab jetzt Käseknacker da. Beim letzten mal hab ich die auch hier gegessen. Ja, aber ja nicht jedes Mal. Aber sonst schon. Wann habt sie die wieder da? Hallo! Kannst du mir sagen, dass du mich liebst? Nein. Nicht? Weil ich das gerade bräuchte. Ob ich mich liebe. Nein, warum? Nein. Okay. Könnt ihr mir sagen, dass ihr mich liebt? Ja. Es brauche ich gerade. Es brauche ich gerade. Nieder. Wenn du Bock hast, deine Komfortzone zu erweitern, das heißt Männer und Frauen im Alltag ansprechen willst, deine sozialen Ängste überwinden willst, mehr Selbstvertrauen haben willst, dann kann ich dir da voll gut dabei helfen und würde mich echt freuen, wenn ich dir dabei helfen kann. Weil zusammen geht es einfach leichter und ich weiß, wie hart es teilweise ist, weil ich mich damals auch überwunden habe. Genau. Wenn du Bock hast, dann quatschen wir einfach mal 15 Minuten zusammen. Schreib mir dafür einfach eine E-Mail an mmcoachings.web.de mit dem Betreff Telefoncoaching. Dein Alter, deinem Namen und deiner Telefonnummer und dein genauen Anliegen, dann melde ich mich bei dir und wir quatschen mal. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, habt eine gute Zeit. Ciao. Ich wollte fragen, weil ich gerade keine Möglichkeit habe, irgendwo hinzufahren, ob du mich vielleicht ins Kufpiano fahren könntest. Nein, das Auto ist auch gerade nicht bereit dafür und ich warte auch mal nicht. Ach so, ich bin Single. Ja, ja. Mein Mann war erst da drinnen. Ich warte auf den. Ach so, weil ich bin Single, also. Ja. Da laufen genug junge Damen rum. Okay. Na gut. Alles klar. Also dann. Ciao.